Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Anja und ich möchte euch heute etwas über Selbstliebe erzählen. Selbstliebe bedeutet für mich Loslassen. Loslassen von allen Stereotypen und von allem Stress um Schönheitsideale. Du bist individuell Du und Du bist genau richtig, so wie Du bist. Selbstliebe bedeutet aber nicht, sich gehen zu lassen und sich selbst zu vernachlässigen. Selbstliebe bedeutet, sich selbst Liebe zu zeigen und sich und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Deswegen achte ich zum Beispiel darauf, dass ich immer Gelüben trinke und auch wenn ich absolut kein Morgenmensch bin, mir morgens 10 Minuten Zeit für mich nehme, um mich sanft zu wecken, um mir etwas Gutes zu tun. Dazu gehört auch meine Hello Body Morgen Routine, über die ich euch heute etwas mehr erzählen möchte. Noch bevor ich mein Frühstück zubereite, trage ich mir oft eine Maske auf, welche ich während der Zubereitung und während dem Essen einwirken lassen kann. Selbstliebe bedeutet für mich alles andere als Diät zu halten. Selbstliebe bedeutet für mich, mich ausgewogen zu ernähren. Nicht etwa meine Figur zu liebe, sondern meine Gesundheit und meinem Wohlbefinden zu liebe. Und gesund kann echt super lecker schmecken. Ich war anfangs auch kritisch, habe die Produkte aber selbst ausgiebig getestet. Ich verwende Hello Body seit drei Vierteljahren täglich und kein anderes Produkt mehr. Meine Haut fühlt sich wunderschön rein, babyzart, perfekt hydriert und genährt an. Auch dank Hello Body fühle ich mich ein großes Stück Wohle in meiner Haut. Die Marke hat eine wunderschöne Philosophie und bestärkt Frauen, sich in ihrer Natürlichkeit wohlzufühlen. Sie sind sehr ermutigend. Sie sagen, jede Frau ist schön. Und ihre kleinen vermeidlichen Makel machen sie zu etwas Besonderem. Alle Produkte von Hello Body sind in Deutschland entwickelt und hergestellt worden. Dies zu nachhaltigen und fairen Konditionen. Die Produkte sind ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Mikroplastik. Außerdem verzichtet Hello Body auf günstigen Alkohol zur Konservierung, welcher die Haut austrocknet. Die Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Außerdem bietet Hello Body zwei Linien. Die Aloe und die Kokos Linie. Die Aloe Linie eignet sich perfekt für eine Mischhaut und ist sehr feuchtigkeitsspendend. Die Kokos Linie hingegen ist für normale bis trockene Haut, ist sehr regenerierend und giftend. Meine Lieblingsprodukte zu nennen, das ist durchaus schwierig. Ich mag so viele Produkte. Aber am häufigsten verwende ich definitiv die Coco Wow Maske mit französischer Tonerde. Die zieht überschüssigen Talg aus den Poren und macht eine babyzarte Haut und mattiert den Talg. Diese Maske ist tiefenreinigend und ich liebe sie einfach. Und des Weiteren liebe ich aber auch die Sheet Maske, also diese Tuchmaske mit veganem Hyaluron. Die ist super feuchtigkeitsspendend und verleiht so ein erfrischendes Hautbild. Ich liebe aber auch das Night Serum. Das ist eigentlich für die Abendroutine gedacht, aber ich verwende es tatsächlich abends und auch morgens. Ich verwende das Night Serum direkt nach der Reinigung, nach dem Tonic und vor der Tagescreme. Also vor dem Tonic und der Tages- oder Nachcreme, das Night Serum. Auch das Night Serum enthält vegane Hyaluron und es ist extrem feuchtigkeitsspendend. Ich liebe dieses Produkt. Welches Produkt ich auch super einzigartig finde, ist das Aloe Tonic mit Alpha-Hydroxy-Seul. Und das ist genial bei Hautunreinheiten. Meine Haut hat immer wieder so Phasen. Ich würde eigentlich sagen, ich habe eher eine normale bis trockene Haut und verwende grösstenteils die Kokoslinie. Ich habe aber auch die Aloe-Linie zu Hause. Ich liebe die Aloe Night Cream, also die Nachtcreme. Die ist super feuchtigkeitsspendend über die Nacht. Ich liebe diese Creme. Und eben das Aloe Tonic, das verwende ich, wenn ich mal wieder so eine Phase Hautunreinheiten bei mir entdecke. Ich glaube, dass jede Frau wunderschön ist und dass Natürlichkeit der Schlüssel zur Schönheit ist. Denn unsere wahre Schönheit zeigt sich, wenn wir zu uns selbst stehen und wenn wir einfach wir selbst sind. Genau das ist auch die Philosophie von Hello Buddy. Hello Buddy unterstützt Frauen, sich selbst zu lieben und ihren natürlichen Glamour zu entfalten. Zudem aber auch setzt sich Hello Buddy, wie ich, aktiv für Tiere ein. Ich habe zwei Rescue-Katzen bei mir zu Hause aufgenommen und möchte immer wieder darauf hinweisen, dass wenn man sich ein Tier zulegen möchte, dass man doch an eines aus dem Tierheim denkt, welches schon lange auf ein neues Zuhause wartet. Auch Hello Buddy liebt Tiere und will kein Tierleid unterstützen. Deswegen bietet die Marke ein riesengroßes Sortiment an veganen Produkte, also ohne jegliche tierische Inhaltsstoffe und verzichtet komplett auf Tierversuche und setzt sich auch aktiv dagegen ein. Erst neulich über Ostern hatte Hello Buddy eine geniale Spendeaktion für Tiere in Not. Sie haben ein Haarband, welches sich ideal zum Abschminken eignet, um sich die Haare zurückzumachen, in ihr Sortiment aufgenommen und haben von jedem verkauften Produkt 1 Euro gesammelt. Es kamen in der kürzesten Zeit 3000 Euro zusammen und diesen Betrag haben sie vollumfänglich ab 4 Pfoten gespendet. An Hello Buddy liebe ich viel mehr als nur die genialen Produkte. Ich liebe die Philosophie und die guten Taten, die Hello Buddy vollbringt. Damit kann ich mich identifizieren. Hallo meine Lieben, ich bin heute zu Besuch im Tierwaisenhaus hier in Oberglatt und ich kümmere mich hier heute ein bisschen um die süssen Bewohner. Ich bin heute zu Besuch im Tierwaisenhaus hier in тел coment в Heute führe ich Argo Spazieren und übrigens, wenn auch ihr euch für die Tiere im Tierheim einsetzen möchtet, könnt ihr, ich glaube, praktisch jedem Tierheim einfach anfragen, ob ihr die Hunde ein bisschen ausführen könnt und könnt so die Hunde unterhalten und auch dem Tierheim ein bisschen Arbeit abnehmen. Musik 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 Alleine in der Schweiz haben wir zwischen 100.000 und 300.000 besitzerlosen Katzen. Bitte denkt also daran, wenn ihr euch eine Katze zulegen möchtet, eine aus dem Tierheim zu berücksichtigen. Zeigt Liebe gegenüber unserem Planeten, euren Mitmenschen, Tieren aller Art und schließlich auch euch selbst gegenüber. Natural is glamorous. Love yourself.